Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen weiteren Folge Rocket League! Ja Rocket League, genau. Gott sei Dank ohne Puck. Brain Lag. Ich hatte gerade voll den dermaßen heftigen Brain Lag einfach nur. Ja Gott sei Dank ohne Puck, das stimmt. Und ich treffe den Ball glaube ich nicht. Achso, ein kleiner Tipp für alle. Ich weiß nicht ob ihr das wisst. Wenn der Ball in einer bestimmten, also in dem also orange oder blau leuchtet, dann weiß man wer den als letztes berührt hat. Jetzt immer noch blau. Ich meine den Schimmer, ne? Jetzt nur mal so. Weil wenn der im Feld ist, dann leuchtet der auch in jeweils anderen Farben diese Punkte, die da drauf sind. Irgendwie ein bisschen komisch. Hab ich. Nein hab ich nicht. Wir sind alle da. Scheiße. Und du verkackst es. Ja ich hab immer das Gefühl, ich, also ich hab immer das Ding, dass ich da vorher irgendwie wegfahre dann. So kurz vorher nochmal lenke. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ganz komisch. Mitte. Oh shit. Der ist dann nochmal hochgesprungen. Ey, warum? Fahre ich als dann vorbei? Du bist mir gegen gefahren. Ja immer sind es die anderen. Merkst du was? Komm! Ja da war keiner in der Nähe, sorry. Nee. Komm. Los, los. Jetzt holen sich die Gegner den. Nein! Ich stand doch sogar da. Guck, guck. Ich hab nichts gemacht. Mach weg, mach weg. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Ja lass du Muschi. Er hat mich angefickt. Deswegen ist das passiert. Ahhhh. Du wirst echt sehen. Nulpe. Vollnulpe einfach. Deswegen wollte ich die Wiederholung nicht sehen. Nein. Ja. Deswegen hab ich sie extra dran gelassen. Ich stand sogar da. Ja. Ja ich hab nichts machen wollen. Ich bin einfach nur drauf zugefahren. Und das war's. Ja und da komm ich. Idiot. Das. Arsch doch. Wo war Yannick los? Voll in dir! Oh ne ne. Oh was mach ich denn da? Ich hab mich in die falsche Richtung gedreht. Oh. Oh. Lars. Alter du hast so ein Glück dass Yannick da war. Aber nur weil Yannick da ist. Bei dir hab ich nie so ein Glück. Ja sehr schön. Boah. Oh der kommt gut. Oh oh. Nein du. Nein. Wer ist grade in mich gefahren? Ich nicht. Oh Mann ey. Ich mach mich grade so bereit zum springen und auf einmal weggefickt. Ja ich mach mich auch bereit. Auf einmal kriege ich einen mit. Ich wollte nach vorne fliegen aber irgendwie bin ich nur hoch geflogen. Ich wollte nach vorne fliegen aber irgendwie bin ich nur hoch geflogen. Ja super. Oh shit. Fahrt alle dran vorbei. Ja du auch. Ne ich nicht. Du warst im Tor. Oh. Ja. Mehr besser Vorlage geht nicht. Geht nicht. Guck dir das an. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Oh nein. Nein. Da haben sie den ver- 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 Ja du Nolpen. Kackbuhn. Hahaha. Alter ey. Wow. Ah. Hahaha. Oh Mann ey. Ja? Ja? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh doch. Oh shit. Haha sehr gut. Wenn wir Yannick nicht hätten, dann hätten wir halt Yannick nicht. War das ein bisschen zu viel große Schnauze? Ja. Hahaha. Oh nö. Schon wieder zu hoch. Alter. What? Hä? What? Meiner! Nein! Nein! Fick dich! Hä? Warum ist eigentlich der Gegner bei uns im Tor? Das ist doch scheißegal. Guck mal der dreht sich als auf den Kopf der Wichser. Ja ich weiß. Oh nein. Komm der ist nach vorne und da ist keiner! Boah. Der Winkel war so der Kacke. Warte. Nein! Ah. Shit. Jetzt. 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 Warte. Jawoll! Alter, war der nice. Oh, traurig. Ich will nie wieder Gemecker über euch hören. Über euch? Ja du Rundsieck! Junge, 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 Junge. Mitte! Mitte! Nee. Doch. Oh, fuck! Das ist die Scheiße! Ah, das ist so kacke! Oh, oh! Boah! Oh, Mann, oh! Das ist doch kacke! Oh, nein! Oh, nein! Fuck! Oh, shit! Nein! Die hart am strugglen sind gerade! Und! Ja! Nein! Jetzt geht's doch nicht! Das geht's nicht! Was machen wir denn da? Ich find das mega witzig gerade! Ja! Oh! Das wäre eine gute Vorlage! Wäre, wenn ich die gemacht hätte! Ja! Nochmal! Bitte! Nein! Na, Alter! Oh! Jetzt aber schnell! Schnell nach hinten! Och, nö, ey! Sehr gut! Ich krieg keinen Boost! Ich brauch Boost! Ja, sehr gut! Ich wurde zerstört! Jawohl! Ja, weg! Nein! Da hast du dein Gegenüber! Oh, ja! Scheiße! Scheiße! Nur Eigennutzer denn! Sehr gut! Sehr gut! Oh, ja! Oh, nein! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Idiot! Nein! Mein Name Flusse! Warum wirst du dich direkt noch denn?! Der war so schön! Ja, der war gut! Hmmm? Puh! Jungen! Zwei Minuten! Zwanzig! Ja, nee, der las! Hau du Wuschi! Der fliegt voll ins Tor! Da konnte ich nichts mehr. Ja, einfach nur hochspringen und nicht mal berühren. Ja, ich weiß auch nicht. Das funktioniert nie. Das ist echt GG. Das war richtig GG, Alter. 2 Minuten 30 oder 40, Alter. Rumgeeiert, ey. Meine Fresse. Komm, noch mal. Los. Revanche. So, diesmal waren es da fertig. Guck mal, wie viel Liesl Plus ist. Oh, es gibt einen Revanche. Liesl Pulsitz, wie viele Punkte der gemacht hat. Ja, 1020. Was, das machst du doch ab und zu. Ja. Der hat bei 2 Tore gemacht. Der kam von ganz tief unten. Nein, ich wollte ihn noch abhalten. Eintor, Eintor. Alter, das gibt es doch gar nicht heute wieder. Ja, gestern hätten wir sehen müssen. Gestern haben wir allein gespielt. Wunderfichtig. Ja, dann kriegst du auch nur schlechte Gegner. Ja. Machen! Oh, Alter. Wie denn? Der war ja noch nicht mal vor dem Tor. Also, war noch an der Bande. Jawohl, Lu. Oh, nee, ne? Das eine ist der Liesl Plus, das andere ist der Lidl Eclipse. Der Lidl. Lidl. Meine Güte. Alter. Nein! Jawohl! Oh, nein. Sorry. Oh, nein. Oh. Hoohhh Kommt! Nein! Oh nein! In der Mitte... Ähhhhh Bitte! Oh ne ne? Alter das ist ein richtig harter Kampf gerade. Oh man ey! Oh shit! Damit hab ich nicht gerechnet. Womit? Dass du rückwärts fährst. Oh! Nein! Haha! Kommt in die Mitte! Oh nein! Da war jetzt wieder einer! Das war Lars. Nein das war der Gegner. Achso. Ich dachte das war der Lars gewesen. Weil ich hab nur Lars gesehen. Ja. Ne das war der Liesl Plussel. Glaub ich. Der Liedl. Los! Oh shit! Jetzt! Oh shit! Oh shit! Hektik! Hektik! Ich wusste nicht mehr was. Was ich machen sollte. Hektik! Alle Tasten drücken! Scheiße! Liebe! Oh ne! Was mach ich denn da? Ich will rückwärts fahren und rück auf den Pad fürs vorwärts fahren. Auf den Pad! Auf dem Pad! Oh nein! Jetzt waren! Ja! Egal! Es darf doch wohl nie mehr sein! Alter was für ein Game ey! Jawohl! Ohohohohohohoho! Alter! Nein! Oh nein! Nein! Ohohohohohohohoho... Alter ey! Der fliegt direkt aufs Tor. Nein! Irgendwer hat mir noch einen Arschchen. Ja, Lars. Das war diesmal Lars. Mach ich jetzt. Nein! Nein! Sorry. Ich wusste nicht, dass du da hinten kommst. Alles gut. Oh, 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 oh. Ich hab keinen Boost mehr. Links, 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 links. Jawohl! Mehr, besser, vor. Lange geht nicht. Oh, Mann, ey. Alter, heute war das ein Kampf, ey. Oh. Scheiße. Das sagt er auch gerade. Au! Alter, das gibt's doch gar nicht, man. Was machen die denn jetzt, bitte? Oh ja, der fliegt aufs Tor. Der fliegt aufs Tor. Ja! Jawoll! Jawoller! Ich bin ja extra nicht mehr dran gefahren. Ich guck mal, wo ich denn geschossen hab. Alter, ey. Alter, ey. Oh, Mann. Puh! Ey, anstrengendes Spiel, ehrlich. Aber geil! Ja. Boah! Ja, was denn? Hau ab! Oh, du Kater! Oh, du Kater! Ich deckele, ich soll nicht schüren! Das ist so ein Arsch. Alter, wenn der sich jetzt vor, der mit der Finger nicht eingeht. Ich hab mich nicht extra dahingestellt. Alter, Alter. Ich hab versucht, Gas zu geben, aber ich hab Idiot. Ich hab vorwärts und rückwärts gleichzeitig gedrückt. Hab der Kiste gekriegt. Oh, ey, stell dir so ein gegnerisches Tor, dann wäre der Fall, wo es kein Tor gekriegt. Dann wäre der Kater die Gänzer geworden. Du hast, warte, einfach mal hast du noch weniger Punkte als ich, Alter. Ah, die sind rausgegangen, die Affen. Hammerart, ey. Hammerart, liebe Zuschauer, das ist ein Arsch. Du liebst Blütschst. Und der Smithers, die haben ja nicht so viel hingekriegt, ne? Junge, 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 Junge. Das spricht schon wieder für einen Klau vom Tor, Yannick. Bitte, nächstes Spiel, ich klau ihm ein. Alter, da konnte ich nix für, ich war voll im Stress, ich stand einfach nur im Tor. Das hat doch weh, Alter, dann geht's auch vorwärts, anstatt nichts zu drücken. Ich hab Gott schon an dem Mongo. Ja, dann drück das Ding mal ein bisschen. Ich hab beide gedrückt, das war das Problem. Das Ding hat drinnen gewesen. Ja komm, jetzt halt den Mund, ich will abmoderieren. Mann! Ja, moderier doch, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.